moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe von nicht der weisheit letzter schluss heute geht es darum wie ihr mit obs gleichzeitig auf verschiedene streamingportale zum beispiel youtube und peer tube streamen könnt ohne dass ihr mehrfach diesen stream von eurem rechner aussendet was glaube ich überhaupt so gar nicht möglich ist dafür haben wir eine lösung das haben wir dafür benutzt um von einem stream auf gleich 44 weitere kanäle zu streamen also zweimal youtube und zweimal peer tube oder von einem stream auf einmal peer tube einmal youtube zu streamen das haben wir während der kilo open source und linux tage dieses jahr benutzt um damit live zu übertragen das hat so man sagen ich glaube von unserer seite aus prinzipiell funktioniert aber für den peer tube provider oder für das portal worauf wir gestreamt haben war es vielleicht zu viel also ein kanal war dort immer gut unter anderem hat irgendwie gar nicht funktioniert oder hatte eine ziemlich schlechte qualität obwohl eigentlich die streams in der richtigen qualität rausgegeben worden aber keine ahnung ist man vielleicht wirklich eigene server mit aufsetzen mit peer tube das ist auch ein vorteil dabei peer tube ist freie software ihr könnt das also überall aufsetzen wo ihr ein server betreiben könnt also das geht schon aber diesmal nicht gemacht haben wir wieder was gelernt damit ihr selbst sowas auch machen könnt also diesen stream splitter habe ich das ganze mal genannt braucht ihr letztendlich bloß einen debian 10 oder debian 11 server und müsste auch funktionieren und dann braucht dieser server ja genügend upload denn jeden stream den ihr rein gebt von eurem obs dorthin sendet wird in n facher bandbreite er wieder ausgetragen also wenn ihr auf vier gleichzeitig sendet auf vier portale gleichzeitig dann braucht ihr halt als upload auch das vierfache von dem was er rein bringt ist bei so einem v server den ihr mietet kein großartiges problem wenn ihr das jetzt zu hause machen würdet dsl wir da wahrscheinlich ziemlich schnell überfordert also ihr braucht schon so einen miet server irgendwie das ganze ist auch nicht großartig kompliziert wir gucken uns das gleich noch mal im skript an dieses skript installiert ein paar nötige pakete und dann wird nginx konfiguriert wichtig dabei ist vorhandene nginx konfiguration wird überschrieben also ihr könnt diesen server nicht gleichzeitig dazu benutzen um darauf ein webserver laufen zu lassen die konfiguration ist weg dafür ist es nicht gedacht wenn ihr das wirklich machen wollt parallel webserver oder andere nginx komponenten betreiben auf diesem server müsst ihr es bei hand machen also dieses skript macht eure konfiguration kaputt konfiguriert das um ganz wichtig nicht ausprobieren ohne ohne zu wissen was es tut das ist sowieso immer so der hinweis bei diesen sachen skripte die aus dem internet herunterladet und dann eventuell auch noch mit root rechten ausführt immer vorsichtig sein und in diesem fall mir oder weniger ganz besonders so schauen wir uns das ganze mal an das ist so ein bisschen geskriptet die konfiguration die wir auch verwendet haben wir haben hier diesen rtmp import also der eingangs port der muss einfach bloß auf eurem v server auf diesem server worauf dieser splitter läuft offen sein also da dürfen auch keine firewalls der diesen port blocken der muss offen sein das streamt ja auch mit eurem obs hinein ich habe hier jetzt spaßeshalber einfach mal diesen 12345 port genommen ihr könnt auch was anderes nehmen es ist letztendlich egal solange dieser port frei ist damit jetzt nicht jemand anders ankommt und euren stream splitter benutzt und da sachen drauf sendet wird auch ein passwort vergeben verwendet für produktivsysteme natürlich ein ordentliches passwort nicht test dann als nächstes werden erstmal die pakete installiert also nginx ist unter anderem auch ein web server aber hat ganz viele verschiedene module zusatz module es gibt für den nginx auch ein rtmp modul und ein stream modul diese beiden module brauchen wir um diesen rtmp stream vom obs also audio und video daten bewegt daten entgegen zu nehmen und dann weiter zu verteilen also zwei module brauchen wir und den nginx selbst dann ja sicherheitshalber wird auch noch die alte konfiguration gesichert aber sie wird hinterher überschrieben also eure nginx konf wird überschrieben und der server würde dann nicht mehr das tun was er vorher gemacht hat wenn ihr jetzt eine patch nebenbei laufen lasst als normalen web server ist das überhaupt kein problem das kollidiert mit den ports nicht so lange jetzt nicht anfangen und ihr port 80 nimmt oder 443 oder irgendwas anders wo drauf der apache server denn reagiert als nächstes wird jetzt hier eine konfigurations datei angelegt und in dieser standardmäßigen nginx konfiguration datei abgelegt also die wird komplett überschrieben ich glaube ich habe es jetzt häufig genug gesagt dort wird erstmal eingetragen unter welchem benutzer der nginx laufen soll bei debian und ubuntu manches ist auch so heißt eben bww data das ist derselbe benutzer wie auch bei apache dann haben wir noch ein paar weitere einstellungen wo festgelegt wird wie ja wie das ganze skalieren soll und unter welcher prozess id datei das ganze laufen soll das habe ich aus einer standard datei einfach übernommen wichtig ist dass jetzt hier die konfiguration für aktivierte module eingebunden wird da befinden sich als konfigurations dateien diese beiden module die wir über die pakete installiert haben also das wird gleich mitgeladen bei dieser konfiguration durch das einbinden von diesen konfigurations dateien die zu dem modul gehören dann ja worker connections das sind ja wie viele eingänge also wie viele gleichzeitige verbindungen von draußen angenommen werden können 768 habe ich auch aus seiner konfigurations datei übernommen ja für den fall braucht man eigentlich nicht wirklich viel wir haben letztendlich ja bloß eine eingehende verbindung von unserem obs und in verschiedene ausgehende verbindungen zu den einzelnen streaming portalen von daher ist der wert hier deutlich zu hoch aber das schadet nicht und keine ahnung ob das jetzt irgendwelche vorteile bringen würde wenn man das jetzt auf 100 drunter setzt habe ich nicht ausprobiert hat so funktioniert wie es da steht dann haben wir hier ein blog mit den rtmp informationen dort wird alles aufgelistet was jetzt für unsere rtmp streams wichtig ist dort wird unter anderem einmal eingestellt auf welchem port die verbindungen angenommen werden sollen das ist halt was wir oben angegeben haben dann gibt es ja noch so eine chance heißt also wie in welche stückchen das sagt werden soll wie das angenommen wird habe ich auch übernommen hat so funktioniert und jetzt haben wir hier als nächstes unsere konfiguration für ich habe das mal verteiler genannt also wir hatten für unsere kilo open source und linux tage ein raum ravensberg dann hatten wir einen raum w für wieg und dann gab es noch einen weiteren alles verteiler der eben in alle reihen gestreamt hat für die einzelnen räume haben wir jeweils so ein application danach kommt der raumnahme den ich einfach abgekürzt habe und dann kommt das passwort hinter also der komplette raum den wir nachher bei obs eintragen würden hieße denn er minus test für diesen für dieses beispiel was oben ist für das beispiel passwort für den anderen raum wäre das entsprechen w minus test und für alle räume a minus test dann folgt danach dass das ganze ja irgendwie live gesendet werden soll und dass das nicht auf die festplatte ssd von dem server aufgenommen werden soll und diese push varianten hier das sind einmal für den pier tube auf den wir das gesendet haben und dann youtube was danach kommt ist diese ja dieser stream schlüssel den bekommt ihr wenn ihr euch bei bei dem def tube hier angemeldet habt und live streamen wollt dann bekommt ihr so ein streaming schlüssel dass sie sind einfach nur zufalls werte damit braucht ihr es gar nicht probieren und bei youtube ist das halt ähnlich sieht das dann halt so aus in den jeweiligen oberflächen von eurem streaming anbieter steht dann auch drin wie wie man das ja angeben muss dann haben wir dasselbe auch noch mal für den nächsten raum für den weg raum da stehen dann halt entsprechend andere ja streaming schlüssel drin die url da vorne die bleibt eigentlich immer gleich bei jedem portal also dass nun hier ist da und da und bei youtube da und da das bleibt immer gleich das ganze unterscheidet sich halt bloß bei diesem streaming schlüssel und dann haben wir noch unseren alles verteiler der eben in ja zweimal youtube und zweimal youtube sendet das sind genau dieselben die hier in den einzelnen räumen drin stehen das hatte den hintergrund dass wir bevor ein neuer blog mit vorträgen wobei zwei parallel zum teil gelaufen sind einfach gesagt haben so jetzt kommt als nächstes im raum ravensberg das und falls ihr was anderes sehen wollt läuft jetzt in wie folgendes dafür haben wir das ganze denn schnell umkonfiguriert in obs wir haben die beiden laptops die wir hatten also wir hatten einen laptop für den raum und ein laptop für den raum da haben wir denn ganz schnell die beiden obs gestoppt und einen von den beiden auf diesen alles verteiler umgestellt und dann haben wir uns da vor die kamera gesetzt haben einmal nicht gewunken und ein bisschen erzählt was denn als nächstes kommt das hat eigentlich ziemlich gut geklappt also wir hatten da keine timeout probleme oder so und nachdem wir unsere moderation gemacht haben für alle räume haben wir das wieder aufgeteilt hat denn der eine laptop den raum hier vom big blue button abgefilmt wo der jeweilige referent seinen vortrag gemacht hat und der andere von dem raum hier ja das ist es letztendlich auch schon diese konfiguration die hier so entstanden ist die basiert zum teil was bei den tux tagen letztes jahr gelaufen ist dann haben wir uns noch mal zusammengesetzt haben das ganze denn noch mal geguckt was man davon wirklich braucht dann habe ich das ganze noch mal ein bisschen entrümpelt denn man braucht wirklich kein web server dafür also es macht wirklich bloß diesen rtmp splitter auf dem angegebenen port darum kommt sich der nginx mit einem anderen web server wie apache auch nicht ins gehege als wirklich allerletzten punkt gibt es dennoch dies apt get install minus f das sorgt noch mal dafür dass pakete die vielleicht nicht komplett installiert wurden oder falls die konfiguration noch nicht stimmt dass das jetzt noch mal nach installiert wird und dann sind wir da auf dem sauberen status und danach sollte das auch schon direkt zu laufen also ihr braucht auch kein neustart dafür und ja für das was ihr machen möchtet ist es einfach nur so eine blau pause ihr könnt das anpassen wie es braucht ihr braucht sowieso hier andere streaming schlüssel und wenn ihr nicht auf devtube das ganze streamen wollt sondern unter einem anderen peer tube kanal oder unter einem anderen peer tube anbieter es gibt ziemlich viele von denen die ja auch spezielle vorlieben haben es gibt welche für eine musik oder für eine freie software führen über englisch sprechende zuschauer und französische und was weiß ich alles es gibt relativ viele ihr könnt euch das auch selbst aufsetzen wenn ihr so einen einen server selbst betreiben wollt es ist nicht so schwer aber ja man kann was nehmen was schon da ist oder eben auch nicht ja und statt youtube könnt ihr auch irgendwas anderes nehmen ich denke mal twitch würde auch so gehen denn eigentlich unterstützen alle alle von diesen streaming portalen rtmp und das eben auch mit obs zusammen und wenn das funktioniert braucht ihr letztendlich bloß eine andere url die hier eintragt und einen anderen streaming schlüssel nachdem wir das ganze jetzt so wunderbar auf der server seite konfiguriert haben wollen wir das ganze natürlich auch noch in obs nutzen dazu gibt es bei diesen streaming einstellungen die möglichkeit bei plattform benutzer definiert auszuwählen bei server sagt ihr denn rtmp doppelpunkt doppel schrägstrich danach kommt denn wie euer server heißt also ob der jetzt einen domain namen hat oder bloß über eine ip-adresse zu erreichen ist vollkommen egal da tragt ihr denn statt example.com das jeweilige ein statt der portadresse 12345 tragt ihr natürlich das ein was ihr in dem skript auch vorgegeben habt als import und danach kommen eure räume mit dem passwort dahinter das war es letztendlich auch schon dann viel spaß beim nachbauen beim nicht nachbauen ansonsten bis zum nächsten mal